Hallo ihr Lieben, das ist ein hoffentlich kurzer Nachtrag zu meinem komischen Video, dass das Politische niemals medial vermittelt werden kann, aus strukturellen Gründen nicht. Und es ist ein Nachtrag, weil das vielleicht für mich zu selbstverständlich ist, dass ich es gar nicht mehr sage, aber es geht auch ein bisschen um, was ist denn auch der Gewinn dabei, wenn man es so sieht, dass sozusagen das Politische und das Private völlig verschiedene Geschehen sind. Und dann kann man eben auch so ein bisschen abheben auf die Freiheit des Privaten, die Freiheit des Politischen. Was ist die Freiheit des Privaten? Also es ist ja wunderbar, dass es beide Sphären gibt, wenn es sie denn gibt, und dass sie getrennt sind und dass sie nach verschiedenen Logiken funktionieren, weil die Freiheit des Privaten ist die Freiheit, sich auch aus dem Weg gehen zu können. Das bedeutet zum Beispiel die Freiheit der Partnerwahl, ich muss nicht irgendjemanden heiraten, weil mir jemand anderer das vorschreibt. Oder Freiheit der Berufswahl, ich kann einen Beruf auch wechseln und ich muss nicht den Beruf meiner Eltern machen oder was andere Leute denken, und was für mich gut ist. Oder Freiheit der Ortswahl, ich kann wegziehen. Das ist also die Freiheit und die gibt es eben auch kommunikativ und das ist die Freiheit, sich auch einfach mit verschiedenen Menschen nicht zu unterhalten, weil das nichts bringt, weil es als unproduktiv, als Zeitverschwendung oder als sehr aufreibend erlebt wird. Und das bedeutet, meine merkwürdige Sichtweise resultiert darin, dass ihr zum Beispiel auf Social Media jeden blocken könnt und Muten kommt, der euch auf den Sack geht oder auf die Eierstöcke geht oder auch einfach der euch zu anstrengend ist oder wo ihr sagt, das bringt hier nichts, ohne schlechtes Gewissen, weil das eben private Vorgänge sind. Das sind keine politischen Vorgänge, das ist die Illusion, dass wir denken, oh, ich muss mich auseinandersetzen medial mit diesem und jedem mit Hinz und Kunz, wovon wir ja alle völlig überfordert sind. Das kann nur in bösem Blut, in bösen Worten enden, wenn man sich diesem Anspruch unterwirft. Und das heißt, ich nehme für mich schon lange in Anspruch, dass ich mich mit verschiedenen Leuten medial nicht unterhalte, mit denen ich mich aber auf gelosten Bürgerversammlungen sofort unterhalten würde. Und das ist also sozusagen eine Freiheit, die wir daraus gewinnen, wenn wir es so sehen, dass das Privat und das Politische völlig verschiedene Räume sind, nach völlig verschiedenen Logiken funktionieren, und dass eben das Private durch die Freiheit ausgezeichnet ist, auch einander aus dem Weg gehen zu können, weil das hier nichts bringt. Das ist so wie, was weiß ich, in der Ehe, wenn man denkt, wir haben uns auseinandergelebt, ja okay, dann ist die Ehe vorbei. Wenn auch nur einer von beiden sagt, das bringt hier nichts mehr, dann ist die Partnerschaft vorbei. Es gibt keinen Zwang zur Partnerschaft oder Zwang, es nochmal zu versuchen oder so. Und das gibt es eben auch auf, ich würde sagen, ja viel niedrigerem Level, auf kommunikativen Level, Beziehungslevel, auf Social Media oder sonst wo. Man muss auf ein Argument nicht eingehen. Man muss sich nicht unterhalten mit Leuten, wenn das nichts bringt. Das einzige Problem ist, dass viele Leute dann ein schlechtes Gewissen haben und das bräuchten sie nicht zu haben. Es ist völlig überflüssig, dieses schlechte Gewissen. Nichts könnte menschlicher, nichts könnte natürlicher sein, als im privaten Kontext zu sagen, okay, ich will mich halt gerne mit bestimmten Menschen austauschen, weil das inspirierend für mich ist, weil das anregend für mich ist oder weil es einfach wohltuend für mich ist und mit anderen halt nicht. Dieser Heroismus, das man muss sich aber auseinandergesetzt haben medial, ist völliger Wahnsinn, ja. Und ich weiß nicht, ob dem das irgendwas hilft. Das ist so ein ganz bescheuertes Argument. Mir ist das im bekloppten Philosophiestudium klar geworden. Also ich war wirklich ein sehr ambitionierter Stand. Ich wollte echt so die ganze Philosophie und dann irgendwann habe ich kapituliert. Das ist ja was da in 2400, 2500, wenn nicht mehr Jahren entstanden ist an Geschreibs. Da muss man auswählen, ja. Und ich habe also tatsächlich, ich darf es gar nicht laut sagen oder vielleicht muss ich es auch gerade laut sagen oder will ich es auch laut sagen, ich habe 16 Semester tatsächlich studiert in meinem persönlichen Wahnsinn. Und nicht, weil ich ein Bummelstudent gewesen wäre, sondern weil ich so wahnsinnig, wahnsinnig viel wollte, ja. Weil ich so auf der Suche nach dem All-Inclusive-Ding war. Und dann wirst du auswählen und dann sagst du, dieser Autor bringt mir nichts. Also was weiß ich, es gibt zahlreiche Autoren, die man als Philosophiestudent mit einem Abschluss gelesen haben muss. Die habe ich nicht gelesen, weil ich das gar nicht leisten kann. Das sind zu viele, ja. So. Und da habe ich das gelernt und es gibt in der Philosophie schon seit langen Reflexionen, die findet man zum Beispiel sehr stark bei Nietzsche, eben über Auswahl, ja. Auswahl und das läuft dann unter dem Thema Verdauung bei Nietzsche, ja. Also so im Sinne von, wenn man sich eben Sachen reinpfeift, die man gar nicht verdauen kann, ja. Und dass das eben auch schon eine Grundfunktion des Lebens sei. Was ist bekömmlich, was ist nicht bekömmlich? Und daraus kann man das private, gute Recht ableiten, bestimmten Menschen medial aus dem Weg zu gehen und zu sagen, so. Und insofern rühme ich mich, wahrscheinlich illusorischerweise, einer der längsten Mute- und Bloglists zum Beispiel auf Twitter, ja. Also ich habe eine unendlich lange Blogliste und Mute-Liste, auch von Leuten, die teilweise Sachen sagen, denen ich zustimme oder die mir persönlich sympathisch ist. Aber da kommt halt immer mal wieder was, was so mich wahnsinnig, wie soll man sagen, dann mehr beschäftigt, als ich beschäftigt werden will. Was mich, wie man so neudeutsch sagt, triggert, ja. Was mich, und das will ich nicht, und dann ist die einzige Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen oder halt den ganzen Kanal gleich zu verlassen, die Leute zu blocken und zu muten. Und das ist, finde ich, völlig fein damit. Das gibt es kein Problem. Für alles andere sollte es geloste Bürgerversammlungen geben. Das ist das einzige Problem, dass wir die nicht haben, ja. Weil dann könnten wir also diesen ganzen Druck, den wir uns machen, uns auseinandersetzen zu müssen, medial, in ein Format verlagern, wo es funktioniert. Ja, wo es nicht ein Problem für uns ist, sondern wo es wohltuend ist, wo wir dann sagen, ach, so war das gemeint. Ach, du bist ein ganz anderer Mensch, als ich dachte. Da ist ja was ganz anderes dahinter, als ich jetzt medial angenommen habe, ja. Wo wir halt gegenseitig ins Denken, ins Nachdenken kommen. Und viele können sich das immer nicht vorstellen, dass auf geloste Bürgerversammlungen das so ganz anders abläuft zwischen den gleichen Menschen, die sich auf Social Media an die Gurgel gehen. Ist aber so, ja. Die Leute kommen ganz anders ins Nachdenken. Das hat halt viel mit sozialem Kontext zu tun. Unter verschiedenen sozialen Kontexten verhalten wir Menschen uns hoch verschieden. Und mediale Kommunikation in seinen verschiedenen Formen sind halt auch bestimmte Kontexte, in denen wir uns immer noch auf bestimmte Weise verhalten. Und in anderen Kontexten, wie zum Beispiel gelosten Bürgerversammlungen, verhalten sich die gleichen Menschen, wir selbst, ganz anders. Und deswegen macht Kommunikation in bestimmten Rahmungen Sinn und in anderen Rahmungen überhaupt nicht. Und eine Rahmung, in der Kommunikation mit bestimmten Leuten überhaupt nicht Sinn macht, ist mediale Kommunikation, auch auf Social Media. Das heißt, Resultat ist, ihr könnt blocken und muten, wen ihr wollt, wie ihr lustig seid. Und es ist kein Verlust für den politischen Prozess, es ist kein Verlust für die Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder die Demokratie. Das alles ist ein fundamentales Missverständnis von Politik und Demokratie, wenn Mensch das glaubt. Dass Mensch sich medial auseinandersetzt, das sorgt nur für böses Blut und dafür, dass wir uns immer noch weniger verstehen. Das Verständnis steigt nicht mit der Zeit, wenn wir es so machen, es sinkt. Und das, denke ich, ist beobachtbar, objektiv beobachtbar, absinkendes Verständnis. Immer stärkere Radikalisierung auf allen Seiten, Ideologisierung, immer stärkere Ablehnung von bestimmten Menschen, also was wir manchmal Polarisierung nennen. Das ist ein Grundmechanismus des Medialen, den wir medial niemals ausschalten können. Wir können gar nicht so viel dagegen halten, dass es uns nicht trotzdem passiert. Und um der Vollständigkeit halber auch auf die politische Freiheit zu kommen, also die private Freiheit ist die Freiheit, einander aus dem Weg gehen zu können. Und es gibt aber auch eine politische Freiheit, die eine ganz, ganz andere Art ist. Und die politische Freiheit ist, in Gleichrangigkeit miteinander die Gesetze machen zu können. In Gleichrangigkeit, und zwar alle. Also politisch frei werden wir, wenn wir alle gemeinsam gleich viel, keine von uns weniger, keiner von uns mehr die Gesetze machen. Also man könnte im ersten Schritt sagen, wenn wir selbst die Gesetze machen, sind wir politisch frei. Aber das stimmt nur dann, wenn alle anderen auch an dem Prozess beteiligt sind. Ansonsten ist es wiederum ein unfreier Prozess. Insofern gibt es in meiner kleinen privaten Welt eine private Freiheit und eine politische Freiheit und sie sind grundverschieden. Die private Freiheit ist die Freiheit, die wir eben auch haben in der Freiheit der Partnerwahl, der Berufswahl, der Ortswahl und so weiter. Der Religionswahl, höchst private Vorgänge, alles privat, alles politisch bedeutungslos, muss politisch bedeutungslos sein, darf politisch keine Rolle spielen. Deswegen eben auch das Losen, um diese Unterschiede auszuschalten, weil sie sonst anfangen, eine Rolle zu spielen. Und die politische Freiheit ist die Freiheit, gemeinsam die Gesetze zu machen. Wer nicht am Gesetzgebungsprozess teilnimmt, ist ein Unfreier, weil er Gesetzen unterworfen ist, die andere für ihn gemacht haben, in einem vielleicht auch wohlwollenden, aber nichtsdestoweniger paternalistischen Akt. Und wer solchen paternalistischen Akten unterworfen ist, ist, um es latinisierend zu sagen, nicht emanzipiert. Man möge nochmal nachschlagen, was die ursprüngliche Bedeutung von Emanzipatio ist. Und dazu muss man wissen, dass der Römer sein Leben lang unter der Fuchtel des Paterfamilias stand. Also solange der Vater noch lebte, hatte man nichts zu melden, auch wenn man schon ein erwachsener Mensch war. Das römische Recht, das hochgelobte. Also vielleicht so ein Anhaltspunkt, warum ich mehr zu den alten Griechen tendiere, als zu den Römern. So, vielleicht. Ich will nur sagen, emanzipiert sind wir dann, wenn wir selber die Gesetze machen, wenn wir selber in politische Verantwortung gehen. Aber das funktioniert nur dann und das ist auch sozusagen in einem strengeren Sinne nur dann der Fall, wenn wir es halt alle gleichzeitig tun. Wenn niemand ausgeschlossen ist. Ansonsten bleibt es ein unfreier Prozess. Politische Freiheit ist immer ein sehr ambitioniertes Projekt, ein sehr hochanspruchsvolles Projekt. Es erfordert tatsächlich aktive, beständige Teilnahme oder Teilgabe aller. Vollständige, regelmäßige Partizipation aller. Unter Ausschluss von tatsächlich niemandem. Und das ist hochanspruchsvoll, gebe ich zu. Gerade unter heutigen Bedingungen. Aber ansonsten gibt es halt nur private Vorgänge. Und privat ist das Gesetz gleich zugleich gesellt sich gern und langfristig gehen sich dann Leute aus dem Weg, weil es einfach zu viel Reibung gibt. Weil es zu unangenehm ist auf die Dauer. Es gibt natürlich Streitsüchtigere, die suchen die Reibung. Aber auch diesen sehr streitslustigen Menschen wird es irgendwann zu viel. Auch die verzweifeln irgendwann dann an der Menschheit. Aber eigentlich verzweifeln sie dabei nicht an der Menschheit, sondern an der Form. An der Form, in der wir uns begegnen. Und medial ist das eben extrem limitiert. Und medial ist es gesund, sage ich jetzt mal ganz offensiv, sich Menschen zu suchen, die Ähnliches denken. Auch wenn wir derzeit anders denken. Denken, wir müssten über den Tellerrand schauen medial. Nee, können wir gar nicht. Sollten wir gar nicht versuchen, meines Erachtens. Wir sollten es versuchen über geloste Bürgerversammlungen, indem wir die verfassungsmäßig machen. Und da also eine Begegnungspraxis institutionalisieren, die nie abreißen darf, also die beständig am Leben halten werden muss, um das Politische am Leben zu erhalten. Und das entlastet unsere privaten Beziehungen ganz massiv. Auch unsere medialen, privaten Beziehungen ganz massiv. Wir können dann einfach guten Gewissens blocken und muten, wie wir lustig sind. Können uns unterhalten, mit wem wir wollen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil das alles völlig unpolitisch ist. Das ist also sozusagen, das Mediale ist für Unterhaltung da und um Gleichgesinnte zu finden. Mehr nicht, mehr kann es auch nicht. Strukturell. Und dafür ist es super. Es ist super für Unterhaltung. Medial ist geil. So viel Anregungen, so viel lustige Sachen, so viel überraschende Dinge. Toll. Und auch, um sich ein bisschen kuscheliger zu fühlen in der Welt, also um Menschen zu finden, die ähnliche Erfahrungen haben, denen es gerade ähnlich geht, die aus einem ähnlichen Lebenshintergrund haben, um mit denen in Kontakt zu kommen. Wunderbar, aber alles halt hoch privat. Weil es tendenziell immer die Struktur hat, ähnliche zu ähnlichen, gleichen zu gleichen und nicht eben die Freundlichkeit unter den Diversen, die Freundlichkeit der Verschiedenen. Das kann nur Politik, das kann nur Demokratie und das kann sie nur als Live-Verfahren, als Real-Life-Geschehen in unmittelbarer Begegnung. Und dazu muss es halt eine allgemeine Praxis werden, was es halt derzeit leider noch nicht ist. Und deswegen aus diesem Druck, weil wir das nicht haben, weil wir noch nicht wirklich Politik, noch nicht wirklich Demokratie miteinander machen als Begegnungspraxis, verlagern wir einen Bedarf, den es trotzdem gibt, nämlich dieses Austauschdings zwischen allen ins Mediale, wo es nicht funktioniert. Also wir sozusagen aus Verlegenheit haben wir dann den Imperativ, man muss medial sich auseinandersetzen. Das ist aber eine Verlegenheit-Lösung. Das ist sozusagen eine Kompensation, die nicht funktioniert. Weil wir das Wahre, das Eigentliche nicht haben, ich muss lachen, weil ich solche Worte in den Mund nehme, wie das Wahre, das Eigentliche. Also weil wir sozusagen das Politische, so wie es gut funktionieren würde, nicht haben, befrachten wir unsere privaten Beziehungen, und das meint auch unsere medialen, mit politischer Bedeutung, die sie eigentlich nicht hat. Also sozusagen eine Ausweichbewegung. Wir sehen Dinge als politisch an, weil wir keine Politik haben, weil wir aber Politik brauchen. Und dann suchen wir sie an Orten, wo sie nicht zu finden ist und wo sie nicht zu machen ist. Wo sie sich nicht konstituieren kann. Und ja, also das Mediale ist in politischer Hinsicht absolut defizitär. Für private Vorgänge ist es wunderwunderbar. Und privat ist halt davon gekennzeichnet, dass sich jeder mit dem unterhalten kann, wie man will. Ja, sozusagen das ist die private Freiheit. Das sind auch die Vorzüge der privaten Freiheit. Dass man zum Beispiel Menschen aus dem Weg gehen kann. Dass man einen Ort, in dem man sich nicht wohlfühlt, verlassen kann. Dass man einen Beruf, in dem es einem nicht gut geht, verlassen kann. Dass man eine Partnerschaft auflösen kann, in der man sich nicht wohlfühlt. Und das ist das private Freiheitsrecht. Und das ist sehr wichtig. Und das politische Freiheitsrecht, gemeinsam die Gesetze zu machen, ist auch sehr wichtig. Wir brauchen halt beides. Aber es ist was Verschiedenes. Was Grundverschiedenes. Das Private und das Politische sind Grundverschiedene Sphären. Und das Grundproblem der Moderne ist, dass sie das nie klar genug oder streng genug begriffen hat. Wir vermischen das ständig. Wir vermischen das. Wir sind Fans des Satzes, das Private ist das Politische oder das Politische ist privat. Das ist aber Wahnsinn. Damit schädigen wir uns selber mit dieser Ineinssetzung. Wir müssen das auseinanderhalten. Wir müssen verstehen, das sind verschiedene Sphären, die nach verschiedenen Logiken funktionieren. Nach verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, die sich völlig verschieden konstituieren. Die wir aber beide brauchen. Und auch keine ist letztlich irgendwie wichtiger als die andere. Wir brauchen halt beide. Ich neige dazu, das Politische zu präferieren, aber das ist wahrscheinlich nur eine Gegenbewegung dagegen, dass aus meiner Sicht das Politische derzeit so nicht vorhanden ist. Nach meiner Analyse leben wir in einer absolut privatistischen Gesellschaft und deswegen neige ich zur Überbetonung des Politischen. In einer Welt, in der das Politische aber bereits existiert, kann man auch ganz entspannt sagen, wir brauchen halt beides. Wir brauchen die private Welt und wir brauchen die politische Welt und sie funktionieren nach verschiedenen Gesetzen. Sie konstituieren sich auf völlig verschiedene Weise. Alles gut. Ja, das ist wie, ja, keine Ahnung, da ist auch keine Konkurrenz zwischen privaten und politischen, außer vielleicht hinsichtlich Zeit und Aufmerksamkeit. Wir haben halt eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und wir haben eine begrenzte Tageswachzeit. Und natürlich ist das ein Trade-off am Ende. Also wo ich dann auf politischen Versammlungen abhänge, kann ich nicht auf meinen privaten, von mir selbst entschiedenen sozialen Bindungen sein. Aber so dramatisch ist das, denke ich nicht. Ja, wenn alle davon betroffen sind, wenn alle Politik machen müssen, weil es eine Pflicht zur politischen Teilnahme gibt, zur Teilnahme an gelosten Bürgerversammlungen. Wenn es das gibt, ist es nicht mehr so dramatisch, weil es halt alle gleichermaßen trifft. Niemand muss mehr oder niemand muss weniger von seiner privaten Zeit abknapsen und ins Politische investieren, weil wir halt losen. Und das bedeutet halt, dass alle gleich viel betroffen sind. Niemand mehr, niemand weniger. Das kann man also so regeln, vielleicht mit ein paar Zusatzregeln, dass nicht manche durch den Zufall überbelastet werden, in ihrem politisch engagiert werden. Was eben auch ein großer Unterschied ist zu sich politisch engagieren. Jetzt ist das Video schon wieder viel länger geworden, als ich wollte. Verdammt. Ich mache einen Punkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in eurem wunderbaren, hoffentlich wunderbaren privaten Alltag, wo ihr umgeben seid von den Menschen, die ihr euch selber gesucht habt. Einen Beruf macht, der euch gut tut, weil ihr das mit den Jahren rausgefunden habt, was euch eher gut tut und was euch eher schlecht tut. Wo ihr Partner habt oder Partnerinnen, die euch gut tun und in den Verhältnissen lebt, die ihr euch gesucht habt. Das ist das Freiheitsrecht des Privaten und ich selber schätze es über allemaßen. Ich nenne das Beziehungsliberalismus und in diesem Sinne bin ich ein absolut fanatischer Beziehungsliberaler. Die Freiheit der Beziehung ist wichtig im Privaten.